Oh, ich hatte ein cooles Aufmittag. Ich möchte ein Winnern sein. Ich bin ein Winnern. Ich nehm Sport gar an, komm. Das passt doch nicht. Geh nach rechts, geh nach rechts, geh nach rechts. Nein, das war nichts. Oh nein. Hey Leute. Was geht? Katja hier mit Claudio. Freunde, heute spielen wir wieder ein Mobile Game. Und ich hab's aus der Linie schon gestartet. Katja, wie heißt das Spiel? Truthrunner, ne? Truthrun. So, was müssen wir hier machen, Katja? Erklär's doch mal. Rennen. Wir müssen hier rennen, wir müssen entscheiden. Oh, guck mal, ich bin wieder jung geworden. Ich weiß mal, was passiert hier eigentlich? Ja, wir müssen laufen. Wir spielen doch, ich kenn das gar nicht. Wir finden's jetzt zusammen heraus. Rennen oder Brace? Brace, guck mal. Du läufst jetzt. Diamanten. Die Diamanten sind gut. Schau mal, wie gut ich die auch einsammle, oder? Ja, genau, so wie ein ganz normaler Geeky Girl. Hey, was ist das für ein Spiel? Regenbogen cool! Oh man, du hast es irgendwie nicht gut geschafft. Nee, ich hab... Du hast es nicht gut geschafft. Mein Motorrad zu ergab. Du hast es nicht gut geschafft. Ich hab keinen Sprint mehr gehabt. Katja, aber kriegst du's besser hin. Also das kannst du... Na klar. Ich krieg jetzt besser hin. Das ist so ein ganz normales Run-of-Light-Spiel, so ähnlich. Und wir müssen anscheinend Sachen einsammeln und wir müssen schauen, wie weit wir kommen. Oh! Ich hab ein gutes Aufgetan. Ich möchte ein Willen sein. Ich bin ein Willen. Okay, äh... Planeten oder Kastan, seid schnell! Ah! Ach so! Ich muss hier so... Ja, man muss damit mit der Maut. Ach so! Snake. Snake. Ja, Schlange! Ah nee, nein. Ich bin doch so... Oh nein! Dragon! Dragon! Und dann dieses... Das hier. Oh! Jetzt bin ich ein Willen. Jetzt bist du der Benefit. Genau. So das. Du. Jetzt kommt es ja langsam dazu, ne? Aber ich muss sagen, das passt auch zu dir, Katja. Danke, dass du sagst, dass das Schlechtsein zu mir passt. Ja, das... Ach so, oh. Ja, ne? Nein, das ist ja nicht Schlechtsein. Das ist einfach nur... Äh, äh... Was wollte ich... Wir machen es halt... 13. Oh! Äh... Le... Leiter! Sammel dich allein! Sammel dich allein! Super! Okay. Ich weiß nicht, was es war. Nein! Ja, ich brauch grad sagen, du bist kein Schmetterling. Ja, ich brauch grad sagen, du bist kein Schmetterling. Kein Schmetterling! Kein Schmetterling! Kein Schmetterling! Oh, schau! Super! Das hier. Okay. In past life, you were a villain. Oh, er oder Maske? Ja. Das kleine. Futuristic, oder? Weiß ich nicht. Grey oder green? Grey. Grey. Wir machen mal Grey. Sammel dich einfach alles ein. Oh! Also, muss ich Futuristic sein? Bitcoin. Und dann das hier? Network oder Net? Network. Network, ja. Wenn ich Futuristic bin, dann gehe ich mal hier hin. Alles einsamen, alles einsamen! Ich verstehe das Spiel gerade gar nicht. Warum tanzt du? Warum tanzt du? Warum tanzt du? Warum tanzt du? Okay. Oh! 100% immerhin. Wer hab ich heute? Ich weiß es auch nicht, Katja. Ich verstehe das Spiel auch noch nicht. Aber... Wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin. So. Gold, Digga, oder Innocent? Ich bin Innocent. Ich bin Innocent. Wie fand ich das früher? Gib uns doch... Wollen wir so noch? Okay, komm. Du bist Innocent. Dann bist du... Oh, Geld. Das ist aber doch nicht Geld. Dann doch nicht Geld, wenn du Innocent bist. Das hast du jetzt getan. Oh. Aber jetzt... Jetzt bist du hier... Ich nehm den Sport gar an. Komm. Oh. Das passt doch nicht. Gib. Nein, kein Geld. Kein Geld. Blumen. Oh. Fass es fast. Ja. Dock, 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 dock. Extra Test. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was musst du jetzt machen? Lippen oder Auge? Ne. Cutie oder... Cutie. Cutie. Okay. Der Eis! Ja, sag das doch früher! Pink oder Purple? Ich bin Pink. Okay, mach mal. Ui. Ich sag mal die Teddybänder. Ich muss kein Geld. Dann bist du Cutie. Ja, oder? Cat oder Rabbit? Cat, oder? Ja. Cat. Oh. Oh. Nein, Bären! Ich will Bären! Nein! Welche Bären? Was bist du? Ich weiß gar nicht, was ich bin. Was bist du? Wo musst du jetzt hin? Hier. Aber du sahen es nicht gut. Oh nein, komm jetzt aber! Aber du bist jetzt weiter gekommen als ich! Ja, siehst du! Ein Auto! Ui! Komm, mach mal was schön! Ja! 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 Weiter! Weiter! Ja! X10, du bist schon fast! Ja! Juhu! Wir haben es geschafft! Und die verdoppeln das Ganze jetzt! Ich weiß zwar nicht, was es bringt, aber egal! Ich frage mich gerade... Was haben wir jetzt geschafft? Äh, ja! Ich weiß immer noch nicht, was wir in den Spielen machen müssen! Ich laufe einfach! Wir laufen einfach! Welche nehme ich, Katja? Kommt du auf den Scheiden? Ich entscheide! Mitte, links oder... Katja, es gibt nur drei! Entscheide dich! Weiß! Okay! Äh? Okay! Und was bringt die Divers, ne? Ja, komm, wir gehen wieder weg! Okay, du darfst entscheiden! Hausweif oder Boss! Ich bin der Boss! Und du bist Boss, auf jeden Fall! Bin der Boss! So! Dann, oh! Geld, Geld, Geld! Na klar! Na klar! Ich geh noch der Boss! Ich geh noch der Boss! Weep, woop, woop! Äh... Ja! Ja! Sehr gut! Was ist das? Sehr gut, Katja! Katja, ich kenne dich echt gut an! Geld! Bank oder Bar? Bank? Ich weiß nicht! Ja, nee, ist richtig! Ja! Ja! Ja, ich hätte eher rechts genommen! Okay! So, was ist das denn jetzt? Camping oder Fishing? Left alone? The Queen! Ich bin The Queen! The Queen! Aber was ist denn da? Camping! Oder? Ja! Oh, die Queen! Sehr gut! Bridge oder Chess? Ja, Dame eher! Du bist ja die Queen! Ja! Alasches! Alasches! Klar! Ja! So! Oh nein! Ich hab ein... Was ist das? Keine Ahnung! Ich hab auch beides genommen! You should be a Boss! Ja! Final 10! Church or Cycle! Asia! Oder US! Nein! Wir machen mal Englischer! Ich bin... Ich bin doch... Oh! Sweet! Das war gerade doch fast so... Jasmine, ne? Bubble Tea! Ja! Dann sind wir Bubble Tea! Ich möchte... Ich mach alles mit Englisch! Manga! 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 Na klar! Confu... 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 Das sind 5,0, cran Cry. Ening.. 7,0. Ist nochmal der sym Benson schon fast? Ui... Ui... Sehr gut! Nein nein nein... Nein nein nein! Echt schwierig zu lenken, oder? Ist sehr schwierig. Das war gut. Ist sehr schwierig... Masch Freeze hat mal secure alles. fast gar nicht eigentlich. Was machst du jetzt? Ich gehe weg. Ich will nicht weggehen, ich will noch eine Runde spielen. Dann bleibst du hier. Aber warum sagst du, dass du weg gehst? Nein! Oh! Nun oder Numbers? Was heißt das denn? How many Adores have you? How many Adores have you? How many Adores have you? Nun oder Numbers? Number Adores? Achso, Adores vielleicht so Follower, sowas, so ähnlich. Leute, die dich mögen. Nun, also keine. Und Numbers, das ist so viel. Nobel oder Oskar, Oskar? Klar. Oh, wie cool das aussieht, ne? Party oder Party? Party! 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 Ich will die Bücher nicht. Ich spring einfach runter an. Keiner braucht die Bücher. Äh, Notebook oder Notes? No! Obwohl... Jan? Nein, nein, hui! Kasten, oder? Ja, Kasten. Final Test, Katja! Fantastic marriage. Äh... Weißt du, was das heißt? Most okay, most. Nee. Also wenn dein... Wenn der Pferd nach unten fährt, dann heißt das, dass halt alles schlecht ist. Ja, ja genau, ja. Okay, schaffst du das jetzt? Ja, danke. Es war also auf jeden Fall besser als das letzte Mal. Oh, Motorrad ist richtig schwer. Jetzt müssen wir schauen. Ja, Motorrad ist echt schwierig. Okay? Nee. Na? Das ist... Oh, aber... Nein! Nein! Motorrad hat so eine schwere Lenkung! Nein! Man! Rich or poor? Wir sind beide arm. Komm. Wir sind arm. Katze oder Mom? Hä, was hat das denn mit Katze oder Mom zu tun? Weiß ich gar nicht. Komisch gar nicht. Was ist deine Gritte? Kreditkarte? Sie sind doch arm. Ich weiß es auch nicht. Aber okay. Relaxing oder working? Working. Wir sind beide arm. Komm. Komm. Komischerweise soll das. Nein. Gar nicht. Ja. Wee. 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 Wenn wir arm haben, haben wir doch keine Kreditkarte. Ich verstehe das Spiel nicht. Aber vielleicht hat es alles, dass wir sehr viele Schulden haben. Gamble! Wir sind arm, weil wir gambeln. You will be poor. I will be poor. So, extra test. Elderly... Such auf! Wir sind mental... Ein... Ein... Danja. Danja. Wir sind mit halt Danja halt. Ja. Oh! Oma Danja! Das ist Oma Danja. Oma Danja! Oma Danja! Red or purple purple. Mhm. Das ist Oma Danja. Das ist einfach Danja! Das ist Danja. Wir machen Comics. Comics, oder? Ja, Comics. Oma Danja will auch Comics nehmen. You will be poor. Das haben wir so schön gemacht. Arm und alt. Wir sind Danja. Ich glaube, ich hab das richtig. Du musst dann immer noch halt poor bleiben. Ja, genau. Du musst dich entscheiden. Wenn du dich so entschieden hast, dann musst du auch immer so sein, dass du poor bist. Ja, genau. Du hast es richtig verstanden. So. Bank or bar? Was sind wir? Äh... Okay. Bar. Bar. Oh, super. Du machst es echt gut, Katja. Ratza. Ratza. Nein, kein Geld. Geh nach rechts, geh nach rechts, geh nach rechts. Nein! Oh nein! Oh nein! Nein! Stimmt! Das hab ich... Ich hab da gar nicht... You will be poor. Ja, Freunde. Naja. Das war's anscheinend. Katja und ich haben bis jetzt nicht verstanden, was das Spiel war. Aber das Spiel heißt Trooperunner. Mir hat es aber Spaß gemacht, Katja. Hat sie immerhin Spaß gemacht? Ja, oder? Ja, klar. Ein bisschen halt so zwischen... Also es waren sehr schöne Runden. Aber es ist ein bisschen cooles Spiel für zwischendurch. Ähm... Ja, mir hat es Spaß gemacht, Freunde. Wenn euch das ganze Spaß gemacht hat und wenn ihr verstanden auf jedes Spiel geht, dann schreibt es uns in die Kommentare, weil, äh, ja... Wir haben es nicht so ganz verstanden. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und Katja! Und wir sehen uns selbst bis jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! So, Freunde. Hier könnt ihr jetzt ein Video mit René finden. René und Tanja haben noch eine Mobile App getestet. Hier könnt ihr das finden. Und Katja, was finden wir dort? Hier finden wir, wie wir alle zusammen Gartikfunkel gespielt haben. Mit René und Donny und Danja und Knapp. Und mir. Und Katja! Ja! Also klickt jetzt darauf und reagieren.